Es ist gut, dass es nicht trocknet ist. Ja, dann muss ich das festhalten, damit es trocknet. Hier kannst du es auf den Kasten drauflegen, denn da drunten kommt man hin. Und wenn er jetzt runterfällt, ist es nicht so schlimm. Doch, hier ist eine Treppe. Da vorne ist mein Messer. Da vorne ist mein Messer.